Ludwig Feuerbach Das Wesen der Religion Das vom menschlichen Wesen oder Gott, dessen Darstellung das Wesen des Christentums ist, unterschiedene und unabhängige Wesen, das Wesen ohne menschliches Wesen, menschliche Eigenschaften, menschliche Individualität, ist in Wahrheit nichts anderes als die Natur. Das Abhängigkeitsgefühl des Menschen ist der Grund der Religion. Der Gegenstand dieses Abhängigkeitsgefühles, das, wovon der Mensch abhängig ist und abhängig sich fühlt, ist aber ursprünglich nichts anderes als die Natur. Die Natur ist der erste ursprüngliche Gegenstand der Religion, wie die Geschichte aller Religionen und Völker sattsam beweist. Die Behauptung, dass die Religion dem Menschen eingeboren, natürlich sei, ist falsch, wenn man der Religion überhaupt die Vorstellung des Theismus, das heißt des eigentlichen Gottesglaubens, unterschiebt, vollkommen wahr aber, wenn man unter Religion nichts weiter versteht, als das Abhängigkeitsgefühl, das Gefühl oder Bewusstsein des Menschen, dass er nicht ohne ein anderes, von ihm unterschiedenes Wesen existiert und existieren kann, dass er nicht sich selbst seine Existenz verdankt. Die Religion in diesem Sinne liegt dem Menschen so nahe als das Licht dem Auge, die Luft der Lunge, die Speise dem Magen. Die Religion ist die Beherzigung und Bekennung dessen, was ich bin. Vor allem bin ich aber ein nicht ohne Licht, ohne Luft, ohne Wasser, ohne Erde, ohne Speise existierendes, ein von der Natur abhängiges Wesen. Diese Abhängigkeit ist im Tier und im tierischen Menschen nur eine unbewusste, unüberlegte, sie zum Bewusstsein erheben, sie sich vorstellen, beherzigen, bekennen, heißt sich zur Religion erheben. So ist alles Leben abhängig vom Wechsel der Jahreszeiten, aber nur der Mensch feiert diesen Wechsel in dramatischen Vorstellungen, in festlichen Akten. Solche Feste aber, die nichts weiter ausdrücken und darstellen als den Wechsel der Jahreszeiten oder der Lichtgestalten des Mondes, sind die ältesten ersten eigentlichen Religionsbekenntnisse der Menschheit. Der bestimmte Mensch, dieses Volk, dieser Stamm, hängt nicht von der Natur im Allgemeinen ab, nicht von der Erde überhaupt, sondern von diesem Boden, diesem Lande, nicht vom Wasser überhaupt, sondern von diesem Wasser, diesem Strome, dieser Quelle. Der Ägypter ist nicht Ägypter außer Ägypten. Der Inder ist nicht Inder außer Indien. Mit vollem Rechte, mit demselben Rechte, mit welchem der universelle Mensch sein universelles Wesen als Gott verehrt, beten daher die Alten, Beschränkten, an ihrem Boden mit Leib und Seele Haftenden nicht in ihre Menschheit, sondern in ihre Volks- und Stammesbestimmtheit, ihr Wesen setzenden Völker, die Berge, die Bäume, die Tiere, die Flüsse und Quellen ihres Landes als göttliche Wesen an. Denn ihre ganze Existenz, ihr ganzes Wesen, gründet sich ja nur auf die Beschaffenheit ihres Landes, ihrer Natur. Es ist eine fantastische Vorstellung, dass der Mensch nur durch die Vorsehung den Beistand übermenschlicher Wesen, als da sind Götter, Geister, Genien, Engel, sich über den Zustand der Tierheit habe erheben können. Allerdings ist der Mensch nicht für sich und durch sich selbst allein das geworden, was er ist. Er bedurfte hierzu der Unterstützung anderer Wesen. Aber diese Wesen waren keine supranaturalistischen, eingebildeten Geschöpfe, sondern wirkliche, natürliche Wesen. Keine Wesen über, sondern unter dem Menschen, wie denn überhaupt alles, was den Menschen in seinem bewussten und willkürlichen, dem gewöhnlich, allein menschlich genannten Tun und Treiben unterstützte. Diese hilfreichen Wesen, diese Schutzgeister des Menschen, waren insbesondere die Tiere. Nur vermittels der Tiere erhob sich der Mensch über das Tier. Nur unter ihrem Schutz und Beistand konnte die Saat der menschlichen Kultur gedeihen. Durch den Verstand des Hundes, heißt es im Zent Avesta, und zwar im Vennidat, dem anerkanntältesten und echtesten Teil desselben, besteht die Welt. Behütete er nicht die Straßen, so würden Räuber und Wölfe alle Güter rauben. Aus dieser Bedeutung der Tiere für den Menschen, namentlich in den Zeiten der beginnenden Kultur, rechtfertigt sich vollkommen die religiöse Verehrung derselben. Die Tiere waren dem Menschen unentbehrliche, notwendige Wesen, von ihnen hing seine menschliche Existenz ab. Das aber, wovon das Leben, die Existenz des Menschen abhängt, das ist ihm Gott. Wenn die Christen nicht mehr die Natur als Gott verehren, so kommt das nur daher, dass ihrem Glauben zufolge ihre Existenz nicht von der Natur, sondern dem Willen eines von der Natur unterschiedenen Wesens abhängt, aber gleichwohl betrachten und verehren sie dieses Wesen nur deswegen als göttlich, das ist höchstes Wesen, weil sie es für den Urheber und Erhalter ihrer Existenz, ihres Lebens halten. So ist die Gottesverehrung nur abhängig von der Selbstverehrung des Menschen, nur eine Erscheinung derselben. Verachte ich mich oder mein Leben, ursprünglich und normal unterscheidet der Mensch nicht zwischen sich und seinem Leben? Wie sollte ich das Lobpreisen verehren, wovon dieses erbärmliche, verächtliche Leben abhängt? In dem Werte, den ich auf die Ursache des Lebens lege, wird daher nur Gegenstand des Bewusstseins der Wert, den ich unbewusst auf mein Leben, auf mich selbst lege. Je höher darum der Wert des Lebens steigt, desto höher steigen auch natürlich an Wert und Würde die Spender der Lebensgaben, die Götter. Wie könnten auch die Götter in Gold und Silber strahlen, solange nicht der Mensch den Wert und Gebrauch von Gold und Silber kennt? Welch ein Unterschied zwischen der griechischen Lebensfülle und Lebensliebe und der indianischen Lebensöde und Lebensverachtung, aber auch welch ein Unterschied zwischen der griechischen Mythologie und der indianischen Fabellehre, zwischen dem olympischen Vater der Götter und Menschen und der großen indianischen Beutelratze oder der Klapperschlange, dem Großvater der Indianer? Die Christen freuen sich des Lebens ebenso sehr wie die Heiden. Aber sie schicken ihre Dankgebete für die Lebensgenüsse empor zum himmlischen Vater. Sie machen eben deswegen den Heiden den Vorwurf des Götzendienstes, dass sie mit ihrem Danke, ihrer Verehrung bei der Kreatur stehen bleiben, sich nicht zur ersten Ursache, der allein wahren Ursache aller Wohltaten erheben. Allein verdanke ich dem Adam, dem ersten Menschen, meine Existenz? Verirre ich ihn als meinen Vater? Warum soll ich nicht bei der Kreatur stehen bleiben? Bin ich nicht selbst eine Kreatur? Ist nicht für mich, der ich selbst nicht weit her bin, für mich als dieses bestimmte individuelle Wesen, die nächste, die gleichfalls bestimmte, individuelle Ursache, die letzte Ursache? Ist diese meine von mir selbst und meiner Existenz unabtrennbare, ununterscheidbare Individualität nicht abhängig von der Individualität dieser meiner Eltern? Verliere ich nicht, wenn ich wieder zurückgehe, zuletzt alle Spuren von meiner Existenz? Gibt es hier nicht einen notwendigen Halt und Grenzpunkt im Rückgang? Ist nicht der erste Anfang meiner Existenz ein absolut individueller? Bin ich in demselben Jahre, derselben Stunde, derselben Stimmung kurz unter denselben inneren und äußeren Bedingungen erzeugt und empfangen wie mein Bruder? Ist also nicht, wie mein Leben ein unwidersprechlich eigenes ist, auch mein Ursprung ein eigener, individueller? Soll ich also, bis auf den Adam, meine Pietät ausdehnen? Nein, ich bleibe mit vollem Rechte bei den mir nächsten Wesen, diesen meinen Eltern, als den Ursachen meiner Existenz mit religiöser Verehrung stehen. Das göttliche Wesen, das sich in der Natur offenbart, ist nichts anderes als die Natur selbst, die sich dem Menschen als ein göttliches Wesen offenbart, darstellt und aufdrängt. Die alten Mexikaner hatten unter ihren vielen Göttern auch einen Gott des Salzes. Dieser Salzgott enträtzele uns auf fühlbare Weise das Wesen des Gottes der Natur überhaupt. Das Salz, Steinsalz, repräsentiert uns in seiner ökonomischen, medizinischen und technologischen Wirkung die von den Theisten so sehr gepriesene Nützlichkeit und Wohltätigkeit der Natur in seinen Wirkungen, auf Auge und Gemüt, seinen Farben, seinem Glanze, seiner Durchsichtigkeit ihre Schönheit, in seiner kristallinen Struktur und Gestalt, ihre Harmonie und Regelmäßigkeit, in seiner Zusammensetzung aus entgegengesetzten Stoffen, die Verbindung der entgegengesetzten Elemente der Natur zu einem Ganzen. Eine Verbindung, welche die Theisten von jeher als einen unumstößlichen Beweis für die Existenz eines von der Natur unterschiedenen Regenten derselben ansahen, weil sie aus Unkenntnis der Natur nicht wussten, dass gerade die entgegengesetzten Stoffe und Wesen sich anziehen, sich durch sich selbst zu einem Ganzen verbinden. Was ist denn nun aber der Gott des Salzes, der Gott, dessen Gebiet, Dasein, Offenbarung, Wirkungen und Eigenschaften im Salze enthalten sind? Nichts anderes als das Salz selbst, welches dem Menschen wegen seiner Eigenschaften und Wirkung als ein göttliches, das ist wohltätiges, herrliches, preis- und bewunderungswürdiges Wesen erscheint. Homer nennt ausdrücklich das Salz göttlich. Wie also der Gott des Salzes nur der Ein- und Ausdruck von der Gottheit oder Göttlichkeit des Salzes ist, so ist auch der Gott der Welt oder Natur überhaupt nur der Ein- und Ausdruck von der Gottheit der Natur. Der Glaube, dass in der Natur ein anderes Wesen sich ausspricht als die Natur selbst. Dass die Natur von einem von ihr unterschiedenen Wesen erfüllt und beherrscht sei, ist im Grunde eins mit dem Glauben, dass Geister, Dämonen, Teufel, durch den Menschen wenigstens in gewissen Zuständen sich aussprechen, den Menschen besitzen, ist in der Tat der Glaube, dass die Natur von einem fremden geisterhaften Wesen besessen sei. Allerdings ist auch wirklich die Natur auf dem Standpunkt dieses Glaubens von einem Geist besessen. Aber dieser Geist ist das Menschengeist, seine Fantasie, sein Gemüt, das sich unwillkürlich in die Natur hineinlegt, die Natur zu einem Symbol und Spiegel seines Wesens macht. Die Natur ist nicht nur der erste ursprüngliche Gegenstand, sie ist auch der bleibende Grund, der fortwährende, wenn auch verborgene Hintergrund der Religion. Der Glaube, dass Gott selbst, wenn er als ein von der Natur unterschiedenes übernatürliches Wesen vorgestellt wird, ein außer dem Menschen existierendes, ein objektives Wesen ist, wie die Philosophen sich ausdrücken, hat seinen Grund darin, dass das außer dem Menschen existierende gegenständliche Wesen, die Welt, die Natur ursprünglich selbst, Gott ist. Du bist nur deswegen genötigt, Gott als ein existierendes Wesen zu denken, weil du von der Natur selbst genötigt wirst, deiner Existenz und deinem Bewusstsein die Existenz der Natur vorauszusetzen und der erste Grundbegriff Gottes kein anderer ist als eben der, dass er die deiner Existenz vorangehende, vorausgesetzte Existenz ist. Oder in dem Glauben, dass Gott außer dem Herzen, außer der Vernunft des Menschen existiert, Schlechtweg existiert, gleichgültig, ob der Mensch ist oder nicht ist und ihn denkt oder nicht denkt, wünscht oder nicht wünscht, in diesem Glauben oder vielmehr in dem Gegenstande desselben, spukt kein anderes Wesen dir im Kopf als die Natur, deren Existenz sich nicht auf die Existenz des Menschen, geschweige auf Gründe des menschlichen Verstandes und Herzens stützt. Wenn daher die Theologen, besonders die rationalistischen, die Ehre Gottes hauptsächlich da reinsetzen, dass er ein vom Denken des Menschen unabhängig existierendes Wesen ist, so mögen sie doch bedenken, dass die Ehre dieser Existenz auch den Göttern der blinden Heiden, den Sternen, Steinen, Bäumen und Tieren zukommt, dass also die gedankenlose Existenz ihres Gottes sich nicht von der Existenz des ägyptischen Apis unterscheidet. Die den Unterschied des göttlichen Wesens vom menschlichen Wesen oder wenigstens vom menschlichen Individuum begründenden und ausdrückenden Eigenschaften sind ursprünglich oder der Grundlage nach nur Eigenschaften der Natur. Gott ist das mächtigste oder vielmehr allmächtige Wesen, das heißt, er vermag, was der Mensch nicht vermag, was vielmehr die menschlichen Kräfte unendlich übersteigt und daher dem Menschen das demütigende Gefühl seiner Beschränktheit, Ohnmacht und Nichtigkeit einflößt. Nein, das kann der Mensch nicht. Mit dem Donner lässt sich die menschliche Stimme nicht vergleichen. Aber was ist die Macht, die sich in der Gewalt des Donners, in der Stärke des Rosses, im Fluge des Habichts, im unaufhaltsamen Laufe des Siebengestirns äußert? Die Macht der Natur. Gott ist das ewige Wesen, aber in der Bibel selbst steht geschrieben, ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt ewig. Im 10. Avesta heißen ausdrücklich Sonne und Mond wegen ihrer beständigen Vordauer Unsterbliche. Und ein peruanischer Inka sagt zu einem Dominikaner, Gott ist das allgütige Wesen, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber das Wesen, das nicht zwischen Guten und Bösen, Gerechten und Ungerechten unterscheidet, nicht nach moralischem Verdienst die Güter des Lebens austeilt, das überhaupt deswegen auf den Menschen den Eindruck eines guten Wesens macht, weil seine Wirkungen, wie zum Beispiel das erquickende Sonnenlicht und Regenwasser, Quellen der wohltuendsten Empfindungen sind, das ist eben die Natur. Gott ist das allumfassende, universelle, das eine und selbe Wesen. Aber es ist ein und dieselbe Sonne, die allen Menschen und Wesen der Erde oder Welt, denn die Erde ist ursprünglich und in allen Religionen die Welt selbst leuchtet. Ein und derselbe Himmel, der sie alle umspannt, ein und dieselbe Erde, die sie alle trägt. Dass ein Gott ist, sagt Ambrosius, bezeugt die gemeine Natur, denn es ist nur eine Welt. Wie Sonne, Mond, Himmel, Erde und Meer allen gemein sind, sagt Blutarch, aber bei dem einen so, bei den anderen anders heißen, so ist auch ein das Universum lenkender Geist, aber er hat verschiedene Namen und Kulte. Wer kann das Licht, wer den Himmel, wer das Meer in begrenzte menschliche Räume einschließen? Die alten Perser und Germanen verehrten nur die Natur, aber sie hatten keine Tempel. Dem Naturverehrer ist es zu eng, zu schwül in den gemachten, abgezirkelten Räumen eines Tempels oder einer Kirche. Es ist ihm nur wohl unter dem freien, unbegrenzten Himmel der sinnlichen Anschauung. Gott ist das nicht nach menschlichem Maßstab bestimmbare, das unermessliche, große, unendliche Wesen. Aber er ist es nur, weil die Welt, sein Werk, groß, unermesslich, unendlich ist oder wenigstens so dem Menschen erscheint. Das Werk lobt seinen Meister. Die Herrlichkeit des Schöpfers hat ihren Grund nur in der Herrlichkeit des Geschöpfes. Wie groß ist die Sonne? Aber wie groß ist erst der, der die Sonne gemacht hat? Gott ist das überirdische, übermenschliche, höchste Wesen. Aber auch dieses höchste Wesen ist seinem Ursprung und seiner Grundlage nach nichts anderes als das räumlich oder optisch höchste Wesen. Der Himmel mit seinen glänzenden Erscheinungen. Alle Religionen von nur einiger Schwungkraft versetzen ihre Götter in die Region der Wolken, in den Äther oder in Sonne, Mond und Sterne. Alle Götter verlieren sich zuletzt in den blauen Dunst des Himmels. Selbst der spiritualistische Gott der Christen hat seinen Sitz, seine Basis oben im Himmel. Gott ist das geheimnisvolle, unbegreifliche Wesen, aber nur, weil die Natur dem Menschen, namentlich dem Religiösen, ein geheimnisvolles, unbegreifliches Wesen ist. Weißt du, sagt Gott zu Hiob, wie sich die Wolken ausstreuen? Bist du in den Grund des Meeres gekommen? Hast du vernommen, wie breit die Erde sei? Hast du gesehen, wo der Hagel herkommt? Gott endlich ist das übermenschliche Willkür Erhabene, von menschlichen Bedürfnisse und Leidenschaften Unberührte, das ewig sich selbst gleiche, nach unwandelbaren Gesetzen weitende, das, was einmal festgesetzt für alle Zeiten unabhinderlich festsetzende Wesen? Aber auch dieses Wesen. Was ist es anderes als die bei allem Wechsel sich selbst gleichbleibende, gesetzmäßige, unerbittliche, rücksichtslose, unwillkürliche Natur? Gott als Urheber der Natur wird zwar als ein von der Natur unterschiedenes Wesen vorgestellt, aber das, was dieses Wesen enthält und ausdrückt, der wirkliche Inhalt desselben ist nur die Natur. Aus ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, heißt es in der Bibel und der Apostel Paulus verweist uns ausdrücklich auf die Welt als das Werk hin, woraus Gottes Existenz und Wesen zu erkennen sei, denn das, was einer hervorbringt, enthält ja sein Wesen, zeigt uns, was er ist und vermag. Was wir in der Natur haben, das haben wir daher in Gott gedacht, nur als Urheber oder Ursache der Natur. Also kein moralisches, geistiges, sondern nur ein natürliches, physisches Wesen. Ein Gottesdienst, der sich auf Gott nur als Urheber der Natur gründete, ohne anderweitige aus dem Menschen geschöpfte Bestimmungen mit ihm zu verknüpfen, ohne ihn zugleich als politischen und moralischen, das ist menschlichen Gesetzgeber zu denken, wäre reiner Naturdienst. Das, was eben dieser Wille will, dieser Verstand denkt, ist gerade das, wozu kein Wille, kein Verstand erfordert wird, wozu bloße mechanische, physische, chemische, vegetabilische, animalische Kräfte und Triebfedern hinreichen. So wenig die Bildung des Kindes im Mutterleib, die Bewegung des Herzens, die Verdauung und andere organische Funktionen Wirkung des Verstandes und des Willens sind, so wenig ist die Natur überhaupt die Wirkung eines geistigen, das ist wollenden und wissenden oder denkenden Wesens. Ist die Natur ursprünglich ein Geistesprodukt und folglich eine Geistererscheinung, so sind auch die gegenwärtigen Naturwirkungen geistige Wirkung, Geistererscheinungen. Wer A sagt, muss B sagen. Ein supranaturalistischer Anfang fordert notwendig eine supranaturalistische Fortsetzung. Ist aber nicht die Natur, sondern Gott unser Erhalter, so ist die Natur ein bloßes Versteckspiel der Gottheit und folglich ein überflüssiges Scheinwesen, gleich wie umgekehrt Gott ein überflüssiges Scheinwesen ist, wenn uns die Natur erhält. Nun ist es aber offen und unleugbar, dass wir nur den eigentümlichen Wirkungen, Eigenschaften und Kräften der natürlichen Wesen unsere Erhaltung verdanken. Wir sind daher zu dem Schlusse nicht nur berechtigt, sondern auch gezwungen, dass wir auch nur der Natur unsere Entstehung verdanken. Wir sind mitten in die Natur hineingestellt und doch sollte unser Anfang, unser Ursprung außer der Natur liegen? Wir leben in der Natur, mit der Natur, von der Natur und gleichwohl sollten wir nicht aus ihr sein? Welch ein Widerspruch! Die Erde ist nicht immer so gewesen, wie sie gegenwärtig ist. Sie ist vielmehr nur nach einer Reihe von Entwicklungen und Revolutionen auf ihren gegenwärtigen Standpunkt gekommen und es ist durch die Geologie ermittelt, dass in diesen verschiedenen Entwicklungsstufen auch verschiedene, jetzt oder schon in früheren Perioden nicht mehr vorhandene Pflanzen und Tiere existierten. So gibt es keine Trilobiten mehr, keine Enkreniten, keine Ammoniten, keine Pterodaktylen, keine Ichthio- und Plesiosauren, keine Mega- und Dinotherien und so weiter. Warum aber? Offenbar deswegen, weil die Bedingungen ihrer Existenz nicht mehr vorhanden sind. Wenn aber das Ende eines Lebens mit dem Ende seiner Bedingungen, so fällt auch der Anfang, die Entstehung eines Lebens mit der Entstehung seiner Bedingungen zusammen. Selbst gegenwärtig, wo die Pflanzen und Tiere, wenigstens unbestritten die höheren, nur durch organische Zeugung entstehen, sehen wir auf eine höchst merkwürdige, noch unerklärte Weise überall, so wie nur ihre eigentümlichen Lebensbedingungen gegeben sind, auch unverzüglich dieselben in zahlloser Mängel zum Vorschein kommen. Die Entstehung des organischen Lebens ist daher naturgemäß nicht als ein isolierter Akt zu denken, als ein Akt nach der Entstehung der Lebensbedingungen, sondern vielmehr der Akt, der Moment, wo die Temperatur, die Luft, das Wasser, die Erde überhaupt solche Beschaffenheiten annahm, der Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, solche Verbindungen einging, welche die Existenz des organischen Lebens bedingen, ist auch als der Moment zu denken, wo zugleich diese Stoffe sich zur Bildung organischer Körper vereinigten. Wenn daher die Erde, Kraft ihrer eigenen Natur, im Laufe der Zeit sich so entwickelt und kultiviert hat, dass sie einen mit der Existenz des Menschen verträglichen, dem menschlichen Wesen angemessenen, also sozusagen selbst menschlichen Charakter annahm, so konnte sie auch aus eigener Kraft den Menschen hervorbringen. Die Macht der Natur ist keine unbeschränkte wie die göttliche Allmacht, d.h. die der menschlichen Einbildungskraft. Sie kann nicht alles beliebig zu jeder Zeit und unter jeden Umständen. Ihre Hervorbringungen, ihre Wirkungen sind an Bedingungen geknüpft. Wenn daher jetzt die Natur keine Organismen mehr ohne Befruchtung und Zeugung hervorbringen kann oder hervorbringt, so folgt daraus nicht, dass sie dies auch einst nicht konnte. Selbst die großartigste vulkanische Begebenheit seit Menschengedenken, die Erhebung des Gioruio in Mexiko, war nichts weiter als ein lokaler Aufstand. Aber wie der Mensch nur in ungewöhnlichen Zeiten ungewöhnliche Kräfte entwickelt, nur in Zeiten der höchsten Aufregung und Bewegung vermag, was ihm außerdem schlechterdings unmöglich ist, wie die Pflanze nur in gewissen Epochen, in den Epochen des Keimens, der Blüte und Befruchtung, Wärme produziert, Kohlenstoff und Wasserstoff verbrennt, also eine ihrer gewöhnlichen pflanzlichen Verrichtungen geradezu entgegengesetzte, eine tierische Funktion ausübt, so entfaltete auch die Erde nur in den Zeiten ihrer geologischen Revolution, in den Zeiten, wo alle ihre Kräfte und Stoffe in der höchsten Gärung, Wallung und Spannung begriffen waren, ihre zoologische Produktionskraft. Wir kennen die Natur nur in ihrem gegenwärtigen Status quo. Wie können wir also schließen, dass was jetzt nicht von der Natur geschieht, auch überhaupt nicht, auch in ganz anderen Zeiten unter ganz anderen Bedingungen und Verhältnissen nicht geschehen könne? und die Natur historien sehen werden, wenn die Natur mit dem Teil von der Natur